Hallo Leute, ich war ja auf der Gamescom und da habe ich natürlich auch Videos gemacht und da ich war auch im Videoday, dann habe ich auch Videos gemacht und Fotos und alles so rum und dran. Ja, es war eigentlich mehr als ihr jetzt sehen werdet, aber ich habe ein Problem gehabt bei der Datenübertragung und deswegen sind dann ein paar Videos gelöscht worden in der Zwischenzeit. Nicht so geil, aber naja, was soll's und alles was jetzt übrig bleibt, seht ihr jetzt. So, jetzt sind wir hier auf dem Weg nach Köln und das ist ziemlich spannend auf der Autobahn. Ja, ist schon geil, Autobahn ist einfach immer wieder genial. Servus oder so, heute die Schlange mit dem Hansus und zwar in der Special Ausgabe, knappe 60 Minuten wird die heute dauern. Ja, 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 weiß schon der Kleine. Link zu seinem Kanal in der Beschreibung, aber es wird heute 60 Minuten dauern, also ich hoffe, ihr habt Spaß und viel Zeit mitgebracht. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, der letzte Fahrer dann, den verfolgen wir jetzt nochmal zum Schluss. Ja, ja, ja. Hallo, ich bin im exklusiven Nacht-Video. Jetzt lasst schon wieder irgend so ein Verrückter vorbei. Ich weiß gar nicht, ob man mich überhaupt sieht. Da hinten ist auf jeden Fall die Köln-Messe. Und ja, wir kommen jetzt gerade heim vom, wir sind jetzt gerade auf dem Heimweg vom Essen. Und vom, na wie heißt das, Kartfahren und so weiter. Ich habe jetzt noch gerade schön vom Dom ein zugesoffen. Ja und, ich muss ja nicht fahren, um dabei zu sein. Dabei zu sein, weil ich jetzt alles. Ja, ja. Nur dabei statt mittendrin. Immer so, muss es sein, ne? Kaninchen, Kaninchen. Da gibt es ein Kaninchen. Ich zoome mal rein, ich sehe sie nicht. Oh, ich sehe sie. Zwei, zwei, wo? Ja, ich sehe sie nicht. Auf jeden Fall, da ist die Köln-Messe nochmal. Oh, ja, bis später. Ciao. Ciao. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das war noch eine engte Assetzung. 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 Das war noch eine engte Assetzung.